Es war einmal in einem Königreich eine Prinzessin, welche im Sterben lag. Sie konnte nur durch eine Drachenschuppe gerettet werden. Eines Tages kam ein Ritter. Ich besorge dir eine Drachenschuppe. Im Gegenzug verlange ich deine Tochter und deine Krone. Ja, ich werde dir alles geben, wenn du meine Tochter rettest. Nun reitet der Ritter geschwind zum Drachen. Hier ist dir die Schuppe, mein König. Danke, mein edler Ritter. Du hast das Leben meiner Tochter gerettet. Nun darfst du sie heiraten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Danke.